Aber versteht mich auch, alles was ich mache hat einen Sinn. Ich versuche keine Zeit zu schinden, ich versuche keine Ausreden zu suchen, ich löse die Aufgabe. Und die Aufgabe ist ganz klar, Wacking Point nach oben zu bringen, egal mit welchen Möglichkeiten, Hauptsache die sind alle legal und im Rahmen des Gesetzes. Alles andere ist alles hallo. Das ist wie im Krieg. Ich kann ein trojanisches Pferd setzen, ich kann hier eine Atombombe bauen, ich kann Söldnerarmee anheuern, ich kann alles, Hauptsache wir gewinnen den Krieg. Und das, ja, im Krieg, wie heißt das, im Krieg sind alle Mittel erlaubt. So, naja fast, komm. Ja, aber wir sind es. Ja, das ist ja kein Spiel, das ist ja kein Wettbewerb, das ist ein knallhartes, das ist kein Wettbewerb mehr, das ist, das ist stirb oder schaffe es, schaffe oder stirb. Jetzt haben wir es geschafft.